Zu einer Zeit, in der die Kirche kontrollierte, was die Menschen glauben durften und die Könige darüber bestimmten, was die Menschen besitzen sollten, verbreitete John Locke, ein englischer Arzt, drei Gedanken, die die Gesellschaft und die Kindererziehung für immer veränderten. Erstens. Die Menschen streiten sich ständig um ihre Überzeugungen, weil niemand wirklich wissen kann, welche davon wahr ist. Um dieses Problem zu lösen, sollte jeder die Freiheit der Gedanken und das Recht haben, seine eigene Religion zu wählen. Zweitens. Könige können nicht einfach tun, was sie wollen. Menschen haben natürliche Rechte auf Freiheit, Eigentum und Leben und müssen daher um Erlaubnis gefragt werden. Drittens. Eltern sollten es vermeiden, ihre Kinder zu bestrafen. Emotionen zu nutzen, um ihr Verhalten zu beeinflussen, kann sie Sensationslüstern machen. Stattdessen sollten sie ihren Kindern erlauben, sich von Gedanken leiten zu lassen, die sie zu freidenkenden Rationalisten machen. Locke's Ideen zur Religion und Demokratie wurden zur Grundlage der meisten liberalen Gesellschaften und machten ihn zum Vater des Liberalismus. Seine Überlegungen zur Bildung könnten jedoch noch einflussreicher gewesen sein. Locke verstand, dass die meisten Menschen neue Ideen anzweifeln, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gibt, abgesehen davon, dass sie ungewöhnlich sind. Kindern jedoch beizubringen, wie man rational und eigenständig denkt, funktioniert. Bildung ist daher der Schlüssel zur Befreiung der Gesellschaft von politischer und psychologischer Tyrannei. Und sein Buch »Gedanken über Erziehung« wurde zu einem Erziehungsratgeber für diese Welt. Das Buch wurde ursprünglich geschrieben, um seinen Freunden dabei zu helfen, ihren Sohn Edward zu einem tugendhaften Erwachsenen zu erziehen, dem eigentlichen Ziel der Erziehung. Locke definierte Tugend als eine Kombination aus Selbstdisziplin und Rationalität. Denn wir müssen unsere Begierden kontrollieren, um klar denken zu können. Er schlägt vier Hauptideen vor, um Edward zu helfen. Erstens ist der Geist eines Neugeborenen wie ein unbeschriebenes Blatt, auch bekannt als Tabula Rasa. Alles Wissen stammt aus unserer Wahrnehmung, die dann Abdrücke auf dieser leeren Schiefertafel hinterlässt. Da ein Kind sehr empfindlich auf neue Erfahrungen reagiert, kann selbst die kleinste Assoziation von Ideen dauerhafte Folgen haben. Wenn du zulässt, dass ein törichtes Dienstmädchen Edward davon überzeugt, dass Kobolde in der Nacht herauskommen, wird die Dunkelheit den Jungen für immer erschrecken, warnt Locke. Zweitens entwickeln sich Körper und Geist gemeinsam. Locke rät daher, Edwards körperliche Bedürfnisse ebenso zu fördern wie seine geistigen. Er empfiehlt eine einfache und schlichte Ernährung, zum Beispiel trockenes Brot und ein kleines alkoholfreies Bier, um den Jungen zu stärken. Gehaltvolle oder gewürzte Speisen sollten vermieden werden, da sie für das empfindliche Gemüt des Jungen zu verlockend sind. Um den jungen Körper zu stärken, ist reichlich Schlaf in einem harten Bett ideal. Wenn Edward rauen Bedingungen wie kalten Bädern ausgesetzt wird, schützt ihn das vor einer Erkältung. Drittens sollte das Lernen angenehm sein. Wenn Kinder akademische Bildung spannend finden und sich selbst aussuchen können, was gefällt, werden sie sich auch intensiv mit ihr beschäftigen. Um lesen zu lernen, schlägt Locke Spiele vor. Dieser selbstbestimmte Zugang zum Lernen ermöglicht es den Eltern, die natürlichen Talente ihres Kindes zu entdecken und zu fördern. Bestrafung sollte vermieden werden, da sie den Geist eines Kindes brechen kann und falsche Werte vermittelt. Um eine optimale Ausbildung zu gewährleisten, empfiehlt er den Eltern, Edward nicht in die Schule zu schicken, sondern einen Nachhilfelehrer zu engagieren. Viertens, Gewohnheiten haben immer Vorrang vor Regeln. Deshalb sollten Eltern ihren Kindern helfen, klare Routinen zu entwickeln und Vorbilder für rationales Denken zu werden. So kann Edward lernen, seine Begierden zu kontrollieren und rational zu denken und tugendhaft zu werden. Locke war der Meinung, dass sich gute Denkgewohnheiten durchsetzen, während Regeln, die das Herz ansprechen, versagen. Gewohnheiten sind jedoch nicht nur deshalb wichtig, weil sie Regeln immer übertrumpfen, sondern weil Regeln folglich zu Belohnungen und Bestrafungen führen, zu Empfindungen, die Gefühle statt Vernunft wecken. Um ein freier Denker, ein Rationalist zu werden, sollte ein Kind nicht von Regeln oder Anreizen angetrieben werden, sondern von Wertschätzung und der Angst, sich zu blamieren. Locke's Gedanken zur Erziehung wurden 1694 veröffentlicht und wurden ein internationaler Bestseller. Zusammen mit Rousseau's Émile wurde sein Buch zu einem der einflussreichsten Texte zur Erziehungstheorie und zum vielleicht wichtigsten Leitfaden für die Erziehung in der Geschichte. John Locke sagte einmal, das Lesen versorgt den Geist nur mit Wissensmaterial. Erst das Denken macht das Gelesene zu dem Unseren. Da dies auch auf Videos zutrifft, empfehlen wir, sich kurze Denkpausen nach dem Anschauen eines Videos zur Gewohnheit zu machen. Teilt anschließend eure Gedanken mit anderen und macht auf diese Weise neue Ideen für immer zu euren. Probiert das gleich mal aus und sagt uns, was ihr von Locke's Ideen haltet.